Hallo Freunde! Wir sind hier vor dem Bundestag, wo gerade eben die Aktion Aufschrei stattgefunden hat, an der wir uns beteiligt haben. Denn es geht darum, Waffenexporte aus Deutschland völlig zu verbieten. Und das halten wir von Menschliche Welt für ein höchst unterstützenswertes Anliegen. Denn Waffen sollten niemals dazu dienen, Gewinne zu erzielen. Wenn überhaupt, sollten sie der Verteidigung dienen. Es ist aber so, dass von deutschen Firmen Waffen sogar in Kriegsgebiete wie den Jemen exportiert werden, wo sie entsetzliches Leid verursachen. Und dem müssen wir Einhalt gebieten. Deswegen setzen wir für Menschliche Welt uns ein für einen kompletten Stopp der Waffenexporte aus Deutschland. Und dafür werden wir uns auch und vor allem einsetzen, wenn wir am 26. Mai bei der Europawahl einen Sitz im Europaparlament gewinnen. Und das ist möglich, denn es gibt keine 5%-Hürde. Damit haben auch wir, kleinere Parteien, eine realistische Chance ins Europaparlament zu kommen. Wenn du und ihr also eine andere Friedenspolitik, eine effektive Friedenspolitik ins Europa bringen wollt, dann bitte ich euch, gebt Orange eine Chance. Am 26. Mai bei der Europawahl. Vielen Dank.